X1 präsentiert den kleinsten lüfterlosen PC der Welt. Der X1 Pockini ist kleiner als eine CD, hat aber die Leistung eines vollwertigen PCs. Mittels intelligenter Halterungen platzieren sie ihn platzsparend auf dem Schreibtisch, auf dem Rücken eines Monitors oder für Industrieanwendungen in einem Schaltschrank. Ausgestattet mit einer Intel Atom CPU mit bis zu 1,6 GHz, gewährleistet der Pockini flüsterleisen Betrieb ohne störende Geräusche von Lüfter oder Laufwerk. Dabei spart er sogar noch Strom. Der Stromverbrauch beträgt nur ein Bruchteil eines herkömmlichen Computers. Mit nur 5 Watt im Normalbetrieb unterbietet er sogar eine Energiesparlampe. Aber auch bei der Kommunikation mit der Außenwelt ist der Kleine ganz groß. Mit vier USB und zwei Mini-USB-Schnittstellen lassen sich von Mäusen über Drucker bis hin zu Cardreadern oder externen Festplatten alle nur erdenklichen Geräte anschließen. Dazu gibt es Gigabit LAN, Line-In, Line-Out und Mikrofonbuchsen, eine HDMI-Schnittstelle mit Full-HD-Auflösung sowie WLAN und eine Infrarot-Schnittstelle. Unser Pockini ist für alle Eventualitäten gerüstet. Bei den Betriebssystemen haben Sie die Wahl zwischen Windows XP, Windows 7 oder Linux, vorinstalliert auf einer 160 GB Festplatte oder einem Solid-State-Drive. Der X1 Pockini ist der ideale Office-PC mit genügend Leistung für Word, Excel und Ihre Buchhaltungs- oder Faktura-Software. Aber auch als Mediacenter macht er eine gute Figur. Die integrierte Intel GMA500-Grafik bietet volle Hardware-Unterstützung für den modernen H.264-Codec der Blu-Ray-Disks und Auflösungen bis zu Full-HD. Durch die integrierte HDMI-Schnittstelle verbindet sich der Pockini ohne Adapter mit jedem Flachbildfernseher. Doch das ist noch nicht alles. Der X1 Pockini ist komplett aus Metall gefertigt, für den Dauerbetrieb geeignet und alle Komponenten sind stoßsicher verbaut. Das prädestiniert ihn für Industrieanwendungen oder als KPC, denn man kann ihn ohne zusätzliches Netzteil am 12-Volt-Bordnetz des Autos betreiben. Das sind nur einige Anwendungsgebiete, die sich mit dem Pockini erschließen lassen. X1 Pockini – der kleinste, lüfterlose PC der Welt. Wahlweise als Barebone ohne Betriebssystem, Festplatte und Arbeitsspeicher oder in diversen vorkonfigurierten Varianten mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Hardware-Konfigurationen. Mehr dazu finden Sie unter www.x1.de